Ist ja Wahnsinn, wenn man einmal von Ladetraining macht, so nach unserer Methode, dann muss ich schon Türsteher sein, weil die Kiki will die ganze Zeit in den Hänger rein und will auch noch ihre ganzen Leckerlis gehen. Das heißt, wenn ich nur kurz auf die Seite gehe und sage, okay, du darfst rein, mir happy-Ticket, geht sie von alleine in den Hänger rein. Dann muss man sich wirklich zwingen und sagen, kommst du bitte wieder raus. Kiki, komm raus. Dann muss ich mich wieder bei her stellen, weil sonst rächt ich dann nochmal rein. Das heißt, wenn ich jetzt nicht stehe, kann sie sicher sein, sie geht da einen Hänger rein. Kannst du ein bisschen länger machen. So, dann sagen, bitteschön. So, dann darf sie da rein. Ausnahmsweise, sie hat auch keinen kostenlosen VIP-Zugang, nachdem sie jetzt einen Monat im Bericht war. Dann darf sie da rein. Danke, danke. Hast du ihn Yiamente? Ich nehme die Bike vamos wieder vor.